Okay, ich gebe zu, das Ganze ist definitiv sehr kontrovers. Seit Jahren warten Leute auf The Elder Scrolls VI und ich sage jetzt, es braucht eventuell gar nicht dieses Spiel. Warum das so ist und welche Argumente gegen The Elder Scrolls VI sprechen, das erkläre ich in diesem Video. Und natürlich ist es so, dass ich mich trotzdem auf The Elder Scrolls VI freue, sollte es released werden. Aber ich denke, es gibt da ein paar andere Seiten der Medaille, die man betrachten muss. Bevor jetzt Leute das Video disliken und sich in der Kommentarspalte darüber auslassen, was für ein Quatsch ich hier rede, hört mich bitte bis zum Schluss an. Denn ich denke, dieses Video könnte von vielen Leuten gänzlich die Perspektive auf The Elder Scrolls VI ändern. Denn egal, ob es jetzt Pro- oder Gegenargumente gegen Test 6 gibt, Fakt ist, dass das Spiel in der Produktion ist, wie ich erst letztens berichtet habe. Und das größte Problem für The Elder Scrolls VI ist nicht irgendwie Bethesda oder die alte Engine oder irgendwas, sondern die Erwartung der Fans. Aber darauf gehe ich auch noch später ein. Fangen wir an mit dem ersten Punkt. The Elder Scrolls VI ist unnötig, weil es schon viele andere Rollenspiele gibt, die ähnliche oder bessere Features bieten. Als die Elder Scrolls-Reihe gestartet ist, war sie relativ einzigartig. Mit Morrowind hat man komplett das Genre Rollenspiel umgekrempelt. Alle modernen Skillsysteme, aber halt auch Leben, Ausdauer und Magiker basieren auf Elder Scrolls Morrowind. Das allein ist schon ein ziemlich spannender Side-Fact, den viele Leute einfach gar nicht wissen. Die Elder Scrolls-Reihe hat in vielen Bereichen Maßstäbe gesetzt. Doch inzwischen haben sich Computerspiele gut angepasst und auch rechtzügig weiterentwickelt. Bethesdas Stärke waren noch nie die einzelnen Mechaniken in einem Spiel, sondern das Zusammenspiel aller Mechaniken. Nimmt man beispielsweise die einzelnen Mechaniken in Skyrim genauer unter die Lupe, dann fällt einem schnell auf, dass sie alle gravierende Probleme besitzen. Das gleiche gilt übrigens für alle anderen Bethesda-Rollenspieler, einschließlich Starfield. Den Umfang, den ein Elder Scrolls 6 bieten müsste, um andere Spiele zu überholen, das ist einfach nicht realisierbar. Das ist auch der Grund, warum sich die meisten Rollenspiele nur auf wenige Aspekte fokussieren. The Witcher 3 hat beispielsweise ein ziemlich ausgeknügeltes und gutes Kampfsystem, was definitiv Bock macht und leicht zu verstehen ist. Allerdings hat nicht wie bei Skyrim jeder NPC wirklich einen Ablauf. Die Städte Oxenfort und Novigrad fallen deutlich realistischer und größer aus als zum Beispiel in Skyrim und generell in der Elder Scrolls-Reihe, aber die NPCs und die Stadt als solches sind nicht mehr als eine Kulisse. Geralt von Riva bleibt auch Geralt von Riva. Sein Aussehen ist weitestgehend gleich und natürlich halt auch seine Skills sind sehr stark begrenzt, weil er halt immer nur auf die Schwerter setzt. Doch genau in dieser Begrenzung, die man durchaus auch als Kritik auffassen kann, liegt eine unheimliche Stärke. Denn das, worauf sich The Witcher 3 fokussiert, das kann es auch besonders gut. Bethesda-Spiele sind einfach zu umfangreich. Stattdessen sehen wir im Gaming-Bereich seit Jahren eine Diversifizierung. Du willst eine geniale Story erleben mit vielen Entscheidungsmöglichkeiten und extrem guten Charakteren? Dann ist Baldur's Gate 3 etwas für dich. Du willst ein Science-Fiction-Spiel, was besonders actionlastig ist und ebenfalls eine gute Story besitzt? Dann probiere Cyberpunk 2077 aus. Du magst das reine Erkunden und Crafting? Dann ist eventuell No Man's Sky für dich interessant. Eben genau das ist das große Problem generell von Bethesda-Spielen. Sie sind eigentlich mehrere Spiele in einem. Das, was vor vielen Jahren funktioniert hat, funktioniert heutzutage nicht mehr so gut, weil einfach einzelne Systeme in Spielen so perfektioniert worden sind, dass dementsprechend die Erwartungen zu hoch sind an ein The Elder Scrolls 6. Was uns zu dem zweiten Punkt bringt, den hohen Erwartungen der Fans. Wir warten seit Jahren auf eine Fortsetzung und haben dementsprechend natürlich auch hohe Ansprüche. Skyrim ist fast 13 Jahre alt. Wir wollen eben genau all das von The Elder Scrolls 6, was unmöglich ist. Eine originelle Geschichte, eine vielfältige Welt, eine tiefe Charakterentwicklung und eine innovative Spielmechanik. Während sich die meisten großen Publisher mit ihren Gaming-Studios auf spezifische Nischen fokussieren und versuchen in diesen Bereichen gute Spiele herzustellen, erwarten wir von Bethesda, dass all diese Mechaniken in einem Game vereint werden. Das ist nicht nur absolut unmöglich, sondern führt auch zum dritten Problem. Und zwar den technischen Problemen. Bethesda-Spiele waren schon immer anfällig für Bugs und Glitches. Im Kern sind diese Glitches und Bugs verzeihbar, denn die Spiele sind unfassbar komplex und bieten sehr viel. Aber jetzt mal ganz ehrlich, der Zeitgeist hat sich geändert. Nach den letzten fatalen Spiele-Releases sind die Leute einfach nicht mehr tolerant. Das ist auch verständlich, denn man gibt ja schließlich für Spiele sehr viel Geld aus und erwartet dann ein gutes Produkt. Obwohl man sich geschworen hat, nicht vorzubestellen, wird wieder ein Hype ausgelöst und man bestellt das Game dann. Im Fall von Starfield konnten wir das Ganze wieder sehr schön beobachten, wo ich übrigens persönlich mehrfach dazu gewarnt hatte, nicht vorzubestellen. Im Fall von Starfield war das Ganze sogar besonders dämlich, denn die Reviews sind sogar noch vor dem Release des Early Access herausgekommen. Man hätte also die ersten Reviews abwarten können und dann erst noch das Game vorbestellen können. Dennoch waren viele Menschen voreilig und haben trotzdem das Spiel vor dem Release der Reviews vorbestellt. Auf der einen Seite haben wir jetzt einen Haufen Leute, die sehr glücklich sind in Starfield. Es entspricht genau ihren Erwartungen. Aber es gibt auch einige, die nicht so zufrieden sind. Das gleiche Theater werden wir auch dann beim Release von The Elder Scrolls 6 haben. Das kann ich jetzt bereits voraussagen. Auf der einen Seite erwarten die Leute gigantisch große Spiele mit einer riesen krassen Immersion. Auf der anderen Seite wollen sie dann ein Erlebnis haben, was möglichst bugfrei ist. Jede NPC soll ein Eigenleben haben. Am besten jetzt halt auch noch mit KI ausgestattet sein, um unendlich lange Dialoge zu führen. Mit etwas Logik und Sachverstand wird schnell klar, dass das einfach nicht umsetzbar ist. Das schönste Beispiel ist hier übrigens auch wieder Starfield. Auf der einen Seite beschweren sich darüber die Leute, dass die Planeten relativ leer sind und man lange laufen muss, bis halt ein interessanter Ort kommt. Anders als in Skyrim gibt es jetzt nicht alle 5 Meter irgendeine spannende Dungeon, sondern man muss mal einen halben Kilometer oder einen Kilometer laufen, was etwas realistischer ist. Aber wäre es gibt nicht die Möglichkeit, stundenlang von einem Planeten zum anderen zu fliegen. Die absolut langweiligste Aktivität, die es gibt im Universum. Weil halt nichts im Universum ist zwischen Planeten. Schon wird Starfield als ein Ladebildschirmsimulator verrufen, obwohl hier der Ladebildschirm sogar ein Feature ist, nämlich die Möglichkeit, schnell von A nach B zu kommen. Also wenn man lange reisen muss auf dem Planeten, dann ist das langweilig und ein Problem. Wenn das Ganze aber im Weltraum ist, dann ist das Ganze halt nicht immersiv genug. Schon klar, das sind zwei verschiedene Kritikpunkte. Aber hier muss sich ja auch der Entwickler dann entscheiden, was er bevorzugt und das Ganze vernünftig begründen. Ähnliche Diskussionen werden wir dann auch bei The Elder Scrolls 6 haben. Ein weiteres Problem mit The Elder Scrolls 6 ist, dass es die Lore der Reihe verwässern könnte. Und ehrlicherweise ist das mit eines der größten Probleme. Die Elder Scrolls-Reihe ist besonders detailreich und hat eine sehr gut ausgearbeitete Hintergrundgeschichte. Doch bereits in Skyrim gab es einige Fehler. Wo sind zum Beispiel die ganzen Portale nach Oblivion? Im vierten Teil der Elder Scrolls-Reihe hat ja Merunis Dargon versucht, komplett Tamriel zu unterwerfen. Und nicht nur in Cyro-Deal sind halt die Deldra durch die Portale gekommen, sondern auch in den anderen Provinzen. Das ist nur ein Beispiel. In der Geschichte von The Elder Scrolls gab es mehrere schicksalshafte Ereignisse, wie zum Beispiel die Ebenenverschmelzung. Auch hierauf finden wir in Skyrim keinen einzigen Hinweis. Das Ganze wird nicht mal in den Lore-Büchern erwähnt. Was daran liegt, dass man sich das Ganze exklusiv für The Elder Scrolls Online ausgedacht hat, was später entwickelt worden ist, aber vor Skyrim spielt. Ein weiterer Teil erhöht natürlich dafür die Gefahr, dass hier noch mehr durcheinander kommt. Und definitiv wird das in einzelnen Teilen passieren. The Elder Scrolls ist so komplex und so groß geworden, dass auf jeden Fall den Entwicklern irgendwo ein Fehler unterlaufen wird. Und dann springen wieder die ganzen Lore-Nerds auf und kritisieren The Elder Scrolls 6 wie seinerseits The Elder Scrolls Online für diese Fehler. Ein weiterer Punkt ist die Wirtschaftlichkeit. Und das ist ehrlicherweise eine Sache, die eher relevant ist für Bethesda und uns komplett vorbeigehen kann. Wie viele Visionen sind von Skyrim herausgekommen? Und noch schockierender, wie häufig haben dann die Fans diese Version auch noch gekauft? Warum sollte ich in einem kapitalistischen System, wo es darum geht, Geld zu verdienen, ein weiteres Produkt herausbringen, wenn das bisherige Produkt mir genügend Geld einspielt? Offensichtlich wäre der einzige Grund Wachstum. Aber ist hier das Potenzial von Skyrim wirklich schon vollständig ausgeschöpft? Ich würde sagen, nein. Wenn Bethesda richtig schlau wäre, dann würden sie jedes Jahr ein weiteres kleines DLC herausbringen. Die Leute würden es kaufen. Und mal angenommen, es wäre sogar ein gutes Story-DLC, dann wäre das doch sogar absolut legitim. Aber man könnte es sich sogar noch leichter machen. Denn es gibt zahlreiche Fans da draußen, die mit Mods das Spiel weiter am Leben halten. Warum nicht einfach einen Marketplace herausbringen? Die Mod-Creator haben hier die Möglichkeit, ihre Mods zu verkaufen und verdienen damit sogar Geld, können eventuell ihren Lebensunterhalt davon bezahlen und noch mehr Mods erstellen. Dafür, dass Bethesda diese Plattform betreibt, kriegen sie natürlich einen gewissen Prozentsatz der Einnahmen der Creator ab. Schließlich haben sie ja Skyrim erstellt, damit halt auch die ganzen Assets, aber auch den Zugang zu den Modding-Tools. Klingt eigentlich schon fast so gut, als dass man das nicht machen würde, oder? Und tatsächlich gibt es einige Hinweise darauf, dass Bethesda eben genau das plant. Ein dementsprechendes Video habe ich zum Ende von diesem für euch in der Endcard verlinkt. Final lässt sich sagen, dass natürlich trotzdem The Elder Scrolls 6 kommen wird. Microsoft und Xbox haben nicht umsonst Bethesda aufgekauft. The Elder Scrolls 6 könnte ein riesengroßer Erfolg werden, unabhängig davon, was für Kontroversen es auslöst. Aber eines ist auf jeden Fall mit diesem Video klargewonnen und das war mir auch besonders wichtig. Bereits vor seinem Release wird Test 6 eins der kontroversesten Spiele werden. Ob das wirklich die Schuld von Bethesda ist oder ob das an den Erwartungen der Fans liegt oder an ganz anderen Sachen, muss jeder für sich selbst entscheiden. An dieser Stelle geht es jetzt weiter mit einem Video dazu, ob Bethesda demnächst ein Marketplace einführt und Mods bald Geld kosten. Ich bin raus, bis dann, euer Amemus.